ja hallo und herzlich willkommen in diesem video heute dachte ich wäre es mal wieder an der zeit ein kleines praxisvideo zu machen und ich wollte dir zeigen wie du einen fensterbankanschluss herstellen kann gut jetzt habe ich mir das ganze hier vorbereitet ich habe mir schon mal ein fensterbank gekantet dann brauchen wir dazu einen anreißer eine quetschfaltenzange eine flachzange eine spitz oder rundzange einen kleinen schlosserhammer und vielleicht nachher noch eine bleichschere wir zeichnen das ganze jetzt erstmal mit dem anreißer an so und ohne jetzt einzuschneiden gehen wir her mit der quetschfaltenzange die hat jetzt hier diese 45 grad kante können wir jetzt eingreifen direkt auf unseren strich und könnten das ganze jetzt nicht nach vorne hin zur fensterbank sondern nach hinten zum fenster so dann vorne an dem umschlag da gehen wir jetzt her drücken den umschlag platt gehen dann auch wieder auf unsere kante vom bodenstück und biegen das auch wieder ein kleines bisschen zurück dann hier an der seitlichen aufkantung eingreifen und das ganze ein bisschen aufkanten und dann merkt man schon recht schnell die blende vorne die klappt nach hinten richtung fenster und das wollen wir natürlich nicht wir wollen dass das ganze nachher schön im gefälle verlegt wird und dass die blende natürlich senkrecht untersteht damit man das ganze wieder einrichten gehen wir einfach her die spitzzange nehmen greifen ein richtung fensterbank drücken feste zu und rollen das material rollen oder ziehen das material so nach außen schauen wir uns das ganze nochmal an auch das bodenstück muss noch mal ein bisschen korrigiert werden gehen wieder her mit der grundzange ziehen das material nach unten wir nehmen unsere flachzange drücken das ganze zu die ganzen falten aber noch nicht vollständig so dass man immer noch eingreifen können wenn es da irgendwas nicht passen sollte schauen wir uns das ganze noch mal an jetzt sieht es schon besser aus auch der steg hier hat sich gerade gerichtet fast ein bisschen fast gerade wenn das so ein kleines bisschen gewölbt ist das ist nicht so schlimm und dann können wir das ganze jetzt mal mit dem schlosser hammer noch ein bisschen plan schlichten das sieht schon ganz gut aus wir nehmen unsere flachzange nochmal bis zum anschlag rein so müssen wir anlegen schön an der kante und jetzt ziehen wir die ganze falte zur seite hin greifen nochmal so ein das ganze rüber sehen wir auch schon unser steg hier zum fenster hin der hat sich wieder gerade gerichtet jetzt gehen wir noch mal her mit dem schlosser hammer tun das ein bisschen plan schlichten und schon haben wir eine saubere ecke wir haben alles komplett geschlossen die falte verschwindet schön hinten sieht optisch sehr schön aus und wenn jetzt hier eine holzschalung drüber kommen würde dann könnte man das ganze jetzt schon lassen bei einem putzanschluss könnte man das ganze nach vorne biegen oder so eine steckleiste drüber stecken eine putzanschluss schiene das material wurde freundlicherweise von der firma ssab zur verfügung gestellt nennt sich plx green coat ist ein beschichtetes stahlblech und lässt sich wirklich sehr gut verarbeiten da kann man schon prima was damit machen ja jetzt hoffe ich du hast was gelernt und konntest was mit dem video anfangen wenn ja dann schreibt doch was unten unter die kommentare vielleicht hast du auch ein paar anregungen oder so gebt einen daumen nach oben abonniert den kanal auf youtube würde mich freuen martin buck für spengler tv und 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 Untertitelung des ZDF, 2020